Planking ist eine beliebte Übung, bei der der Körper in einer geraden Plankposition gehalten wird, wobei die Hände, Arme und Zehen das Gewicht des Körpers tragen. Sie wird oft in das Training integriert, um die Rumpf-, Oberkörper- und Unterkörpermuskeln zu stärken. Aber was passiert, wenn du jeden Tag eine Minute plankst? Eine Minute Planking jeden Tag kann ein guter Anfang sein, um diese Übung in dein Trainingsprogramm einzubauen. Planking ist eine relativ einfache und wenig belastende Übung, die fast überall durchgeführt werden kann und somit eine bequeme und einfache Möglichkeit ist, etwas Bewegung in deinen Tag zu bringen. Wenn du jeden Tag eine Minute plankst, kannst du davon ausgehen, dass sich deine Rumpfkraft und Stabilität verbessern. Die Rumpfmuskeln, einschließlich der Bauch-, Rücken- und Schrägmuskeln, sind für eine gute Haltung und die Bewegung des Körpers verantwortlich. Planking trainiert diese Muskeln, indem es sie dazu bringt, den Körper über einen längeren Zeitraum in einer geraden Position zu halten. Mit der Zeit stärkt Planking diese Muskeln und verbessert so die allgemeine Stabilität und Kraft des Rumpfes. Planking kann auch zur Stärkung des Oberkörpers beitragen. Die Arme, die Schultern und die Brustmuskeln werden eingesetzt, um den Körper während der Plankposition zu stützen. Planking kann helfen, diese Muskeln zu stärken, damit du alltägliche Aufgaben wie das Heben oder Tragen von Gegenständen besser bewältigen kannst. Auch die Muskeln des Unterkörpers, einschließlich der Gesäß- und Beinmuskulatur, können vom Planking profitieren. Indem der Körper in einer geraden Linie gehalten wird, aktiviert Planking diese Muskeln und trägt dazu bei, ihre Kraft und Spannkraft zu verbessern. Zusätzlich zu den körperlichen Vorteilen kann Planking auch für die geistige Gesundheit von Vorteil sein. Es kann ein guter Stressabbau sein und dazu beitragen, die Konzentration zu verbessern. Planking kann auch eine gute Möglichkeit sein, das Körperbewusstsein und das Selbstvertrauen zu verbessern. Es ist wichtig zu wissen, dass eine Minute Planking pro Tag zwar einige Vorteile bringen kann, aber nicht ausreicht, um signifikante Veränderungen bei Muskelkraft und Spannung zu erzielen. Um spürbare Ergebnisse zu erzielen, empfiehlt es sich, die Dauer des Plankings zu verlängern und andere Übungen in dein Programm einzubauen. Außerdem ist es wichtig, dass du auf deinen Körper hörst und nur das tust, was für dich angenehm ist, denn wenn du es übertreibst, kann es zu Verletzungen kommen. Insgesamt kann eine Minute Planking pro Tag eine gute Möglichkeit sein, deine Routine mit körperlicher Aktivität zu ergänzen und deine Rumpf-, Oberkörper- und Unterkörperkraft zu verbessern. Achte nur darauf, dass du auf deinen Körper hörst und auch andere Übungen einbaust, um die Vorteile zu maximieren. Es ist also eine gute Übung für die allgemeine Gesundheit und das Wohlbefinden. So, das war's auch schon für heute. Wenn dir unser Video gefallen hat, dann lass uns doch gerne einen Daumen nach oben da. Vergiss auch nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um ab sofort keins unserer Videos mehr zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.